Jo moin Leute, Herzlich Willkommen mit dem Predictions Team. Zur Woche 4 der European League of Football Team 2023 mit dem Predictions ELF. Los gehts alle Spieler live im European League of Football, Gamecast und Feinfeld auf Ranei, ProSiebenNet und MorgensportTV. Los gehts! Heute um 17 Uhr live auf MorgensportTV. Raps Laugh Fantasy, Kiraeva Enfona. Das Ganze geht 69 zu 0 auf für die Raps Laugh Fantasy. Herzlichen Glückwunsch! Dann um 18 Uhr Frankfurt Galaxy gegen Paris masketiert. Das Ganze geht 21 zu 17 Uhr für die Frankfurt Galaxy. Herzlichen Glückwunsch! Dann! Vianna White King gewinnt unterlegen die Leipzig King 35 zu 1.14 nach Overtime. Dann um 19 Uhr. donc Jo maken bei der Laibe surgery die Universität Plänen. Dann um 19 zu 20... Dann um 20 Uhr gleich. Live auf RAN.DE Barcelona Dürgens und Darlene Munich Raven 25 zu 31 und morgen um 13 Uhr E-Man Milano win gegen Helvetick God 13 zu 0 Done audi und Leute Sau exported und auch Live auf Podinex, Ranni, Sportdeutschland.tv und im offiziellen GLS-Gameback. Stuttgart Search in Waders Tirol, das kann vergehen. 13.15 Uhr für die Waders Tirol, Herzen im Glückwunsch. Und um 16.25 Uhr Clown Centurions ging live auf Poddeutschland.tv und im offiziellen Jugendlichen. Die Folk ging fest. Clown Centurion. Und da liegen die Düsseldorf Rheinfeier. 16.19 Uhr nach Overton. Und live auf Podinex, Ranni, Sportdeutschland.tv. Und im Joaquin League of Football Gameback. Hamburg T-Devils Team Berlin Thunder. Das Ganze geht 3 zu 10er für die Berlin Thunder. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von mir. Von der 4. Woche der Joaquin League of Football ELF 27. Dimmts Team Berlin. Oh, okay, wir haben hierher die Düsseldorf. Dann roh, ich sage den Düsseldorf. Wir haben hierher die Düsseldorf. Sehr hau, wir haben hierher die Düsseldorf. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.